So So Zumindest noch ein Stück höher. Ah, guck mal, ich hab alles feines Abends. Sehr schön, her damit. Tö, 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 tö. Ich hab ja keine Ahnung, wo es lang geht. So, bestellen wir uns mal kurz. Was soll denn der sein? Wieso nicht verfügbar? Ich hab doch aufs Maul, da weiß ich noch, was verfügbar ist. Töte Hauptmann, ja, nö. Sieht mit dem Schatz aus? Gleich mal haben wir gefälligst, wo der ist. Hä? Aha. Ja, ist klar, ja, nö. Verstehe ich, wer will? Ich bin raus. Könnte noch der eine Typ dahinter jetzt gleich sein. Aber hey, das wär ein bisschen, äh, fff. Machbar, Jackie. Mann, 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 Mann. Wir können noch weiter rumkrüppeln, noch. Verteidigt. Soll das ein riesiger Höhlenkomplex sein? Ich glaube, jetzt bin ich draußen, ne? Dachte ich mir nicht schon halber. Nö, gehört noch dazu. Okay, gut, von mir aus. Jetzt, oh Gott, Kind, Mann, manchmal. Ich könnte auch eigentlich da runterspringen. Okay, er macht's. Okay, jetzt, das ist mein Marsch. Okay, jetzt, ich schwör gedacht, jetzt, das war's. Arrivederci. Aha. Ach, was ist denn? Ach. Ich finde, wenn ich mich nicht hochkomme, ich hätte hier lang gehen können. Das wäre einfacher gewesen. Ah, ja. Verstehe, ja. Und wenn's ein paar Leute mal aufgehängt, das hier ist nicht so wirklich, äh, nicht aus. Wo der hängt, du? In dem Gebüsch, wo sie schon immer versteckt, so klammerös. Löwe, 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 Löwe. Anders Zeug. Käft, Mensch, Lies. Okay, kapiert. Okay. Das sind ja langsneaken. Liebste, ich denke jede Minute an dich und wünsch dich, wäre auf einer, auf unserer Imkehof und in den Armen, äh, in deinen Armen. Seger hat die anderen Steinbrucharbeiter wahnsinnig gemacht mit seinem Gerede. Er ist entschlossen zu rebellieren und nichts, was ich sage, kann ihn umstimmen. Ich habe Angst um uns. Die Römer werden brutaler, brutale Gewalt, mit brutaler Gewaltantworten, nicht mit Gewalt. Das wäre witzig. Vielleicht kann das andenken an Ägypten, dass eigentlich, dass ich mir in die Haut gebrannt habe, mich beschützen. Ich wünschte, ich könnte dir die Hochzeitsarmreifen schicken, den ich gemacht habe. Doch ich traue den Boten nicht. Verstehe. Ein rührender Brief. Habt ihr Mero P? Liebende in Zweit durch Unterdrückung. Hm. Erinnert mich an Arya und mich. Der arme Habti. Ich sollte mir das ansehen. Er hat sicher Ärger. Mit der Tätowierung sollte er leicht zu finden sein. Hm. Schnell, 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 schnell. So. Perfekt. Äh... Wo ist der Schatz? Müssen wir gleich mal gucken. Hilfen wir es mal euch. So. Hm. Was labern die? Bin ich gerade stressen miteinander? Ich wollte sie flirter. Aber sie können das nicht, oder? Hä? Woher haben die so hoch von der Gestalt geht da? Hä? Haben wir jetzt noch einen Schla... Nö, Atta. Was habt ihr gemacht, die Idioten? Oh Gott, sind die blöd. Die bringen sich selber um. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich geh mal. Halt's die Kräfte für mich. Erledigt mir den. Oh Mann. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ich hab Jesus noch mal gesagt. Oh Gott. Ich hab ihn jetzt. Hey! Halt! Ach, Pajek! Lou, stopp! So. Hei, 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 hei. Was ist denn für ein Theater hier? Oh, das streamen jetzt mal schon du wieder. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Gut, jetzt kann ich mich auf den Sack gehen. Oder doch? Hm, was weiß ich. So, dann musst du Schätzlein. Was jetzt noch fehlt. Ist hier noch nicht verfügbar. Ja, ja, ist egal. Ich denke da meine Dernschaft jetzt, oder? Wie sie selten mal an so einen Vogel rankommt. Ich muss sie die Chance nutzen. Ich hoffe jetzt, ich bin hier. Oh, sowas ist es. Ich versuche mir hier. Ich versuche mir hier. Wie sie commercially verkündet ihr, Oh, du bist so ein dumpster. Ein Teil des Messinstruments So, hallo Lass mal noch kurz looten Lalalala Jetzt haben wir hier ein paar Pfeile noch Die haben wir gerade mal mit Ach ja Bring mich selber um Nein Ach Gott Echt jetzt Fick das Schwert ins Knie Mann Leck mich doch am Arsch Ach Drecksschwert 3 2 40 Äh 54 Kombo-Multiplikator Ja, war nicht verkehrt Können wir zum Mehrfachangriff Bluten bei Treffer Ne, wo war das? Das war's Gold Ne, gehst du nur beim Töten Was war's denn? Was war denn das? Da brennen, Alter So ein Schrott Wo bin ich zum Teufel? Ja, spring deinen Tod, du Arsch Verdient hast Verdient hast Ich soll Hey, warte! Hörst du das? Wir werden beobachtet. Was war... Hey, du! Stopp! Ja, genau, der Instant. Ein Banditenlager. Dann wissen wir, dass keine Geister das Werkzeug gestohlen haben. Ja, nee, echt? Vollrascht. So, das haben wir geplündert. Die Viecher wollen den eigentlich killen, ne? Hey, was? Du hättest nicht herkommen sollen. Halt die Fresse. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Sicher. Hey, was? Schon erschöpft? Da bist du! So. So. Helfen Sie den Zivilisten, ach, sie sind da unten. Nö, vergiss es. Ich hätte gerne immer noch die Viecher da. Ach, bei. Genau, wir greifen da Fackel an, neuerdings. Du willst doch wohl diesen Piepatzblatt kriege, Digga. Oh, meine Herren, jetzt verknüpft ich die andere. Drecksvogel, Alter. Blöds Mischvieh. Wo ist der Lederspender? Was soll der jetzt sein? Oh, der Geheimeingang. Oh, ja, YOLO. Meine Fresse. So. Ach, der ist tot. Perfekt. Wenigens eine... Hey, Moment. Halt die Schnauze. Du kommst ja auch schon, wie die ganze Action vorbei ist, oder? Zegel. Das ist da unten? Kann man sich doch anderen helfen. Waaaa! Aha! Da liegt es... Hä? Hat es doch nicht gerade... Will ich es irgendwie verarschen? Oh, schön. Ja, ja, mach doch was wild jetzt. Ja, 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 ja. Ein Teil des Messinstruments. Ja, ne, echt? So, müssen wir da wieder zurück und der andere fliegt da noch kurz raus, oder? Hoffentlich sind wir nicht in die Basinei rennen und wieder so ausschüttet die Deppe. Ja, aber das ist nicht so gelöst mit den Zivilisten. Im Fall. Alter, da ist doch nichts mehr... Doch, da ist noch einer. Äh... Sorry, hab dich vergessen. Da dachte ich so, nein, die lassen mich zurück, die Schweine. Er ist tolle Freunde, ne? So, jetzt haben wir das, wie ich es schon sagt. Ja, 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 Schnauze. Wir haben jetzt trotzdem gerade die eine Waffe. Eigentlich die hier. C war es mit dem Vergleich, ne? Blutbetreffer in der Drinnenregeneration. Ist eigentlich nicht verkehrt. Wir können aber als B-Variante... ...mhm... ...die nennen wir. So, wo waren die Vögel jetzt? Die, die... Das Buma-Gehege war dahinter. So, das holen wir uns jetzt kurz. Oh, ich bin alle kaputt. Wie passiert denn das? Das ist eine äußerst merkwürdige Sache. Ich kann mir dabei nicht teilen, wie diese ganzen Personen gestoppt sind. Haben Sie eventuell eine Idee? Haben Sie eine Lösung? Dann rufen Sie jetzt an. Unter 500, Rammelie8, 2000. Und lösen Sie mit uns das geheimnisvolle Wärzel, wie diese Person kaputt ginge. Und Ratchet würde Ihnen dankbar sein. Doch, wir sind nicht blöd. Wir greifen die Rexviecher von Oppen an. Wir sind Foel. Und Foel macht alle tot. Oh Gott. Erstmal den. Willst du mich verarschen? Okay, da ist was. Bajek. Ja, hüpf mal. Ja, genau. Ihr fress. Oh ja, Bajek. Oh ja, Bajek. Bajek. Was ist das? Komm schon einmal runter? Mann, Mann. So zwölf Pelze. Holy shit. Und da haben wir noch einen Schnellreisepunkt. Liegt zwar nicht ganz in unsere Richtung, aber ist egal. Kann man da was abholen? Ja, 244 Meter. Ja, das geht. Hangel die doch einfach runter und tun jetzt so. Als könnte es etwas überraschen, dass so eine Klippe kommt. Mensch, bitte. Du machst mir nur Herzinfarkt, du. Oh, darum könnte es bei Diekten sein, ne? Ne, das ist gut. Das ist gut. Sie haben laufen halbwegs in die Richtung. Oh. Felsspender. Loll. Wie es den erwischt hat. Wie ist denn Fallwärterzweck? Wie viel haben wir eigentlich von den schönen... Ausrüstungsstoffdingern jetzt. Fernkampfschaden. Boah. Drei Kohle. Okay. Brauchen wir noch Krog? 147. Ne, Alter. Ich habe nicht so viel Krog, Mann. Wenn ich auch mal so eine Krog-Farm finden würde, wäre ich glücklich. Aber so grad... Und ich finde scheiße, dass mein Zwischenspeichern ist. Der ist ein Riesen-Riesen-Punkt, der mich richtig abfuckt. Ein Geier-Nest? Kein Geier. Habe ich auch nicht vor. Also können schon. Aber warum? King Geier brennt. Der Anschafter verpisst sich? Okay. Tschüss, King Geier. Ah, was haben wir hier denn? Von Geiern angefressen. Aber wie kam er hierher? Und wer tötete ihn? Ah, ich tippe auf Banditen. Blankin Geier ist tot. Super. Ist verbrannt unterwegs. Ganz großes Kino. Ei, 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 ei. Wo ist King Geier hin? Tür töten? Ja, ist ja noch mal da in der Arsch. Herzlichen vom... Ach, da ist er. Hallo, King Geier. So, 450 Punkte für King Geier. Was haben wir da links? Ich komme jetzt ein bisschen um. Lass mal die Zeit. Ah nööööö Wenn ihr grad schwammt, die selbstbeschäftigt sind. Waren. Gehen wir mal kurz im Schutze der Nacht. Das wird schon klettert er natürlich nicht rüber. Das wird schon mal kurz im Schutze der Nacht. Hoch wollte ich sagen. Genau, zünde ich noch selber ein Bike. Das ist so klug. 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 Das ist so klug.